Ich esse ja keine Wurst, wa? Nee, noch nicht. Habt ihr auch vegane Wurst? Nee. Habt ihr nicht? Nee, noch nicht. Ist ne Marktlücke, ja. Normal brauchst du dafür eine dreijährige Ausbildung als Rauchwurst-Fachverkäufer? Verkäuferin bitte, ja. Entschuldigung, einfach raus. Was mach ich jetzt? Also rausziehen? Und einmal umdrehen, genau. Wunderbar. Einmal umdrehen. Und das geht auch ohne dreijährige Ausbildung? Ja. Oh, da kommt wieder immer so ein Popeye. Okay, jetzt auch heute damit reden, extra Ballast. Hallo, ich bin Zoe und ich bin so was von bereit für euch als ZuschauerInnen und als Sender zu arbeiten. Mit vielen Ideen und unheimlich viel Energie und Motivation möchte ich raus aus dieser Pandemie-Grundsicherung. Die Kultur- und Kreativbranche, die Stadt Berlin, Frauen im Musikgeschäft sind alles Themen, für die ich besonders brenne. Also, holt mich hier raus aus meinem Wohnzimmerstudio in euer Studio und oder auf die Straßen dieser Stadt. Okay, Action!